Ach Fortnite, das Spiel wird sowas von überbewertet. Ich meine, das Spiel ist eigentlich ganz schön geil, aber es gibt da einige Aspekte, wo man einfach sagen muss, das ist komplett so Dreck. Und wisst ihr warum? Naja, ich hab mein Disso verfasst und eigentlich war es echt zu Recht. Warum? Also ja, gut so. Fortnite, egal, ich kie die Spiel, mach wieder mal ein paar Deals, ich schicke sie in Exil ohne viele Worte. Mach ich diese Morde, denn diese Horde sind meine Rekorde. Dann gibt es noch die Anti-Mates, ja genau, wie zum Beispiel Jutsi, der kommt mit der Uzi. Und dann noch dieser Craftdown, der geht immer ganz schnell down. Zu schwarzen Kämpfen, für dich gibt's keine Kills, im Endeffekt landest du auf meinem Grill und Scorepacks. Wenn du mal einen triffst, denn was du blickst, das sind die Brüks. Wie dem auch sei, allerseits Kinderschrei, danach ändert sich jetzt ein Brügelei. Die Musik von meinen Ohren, darauf werde ich geboren und die Kinder kriegen mehr Aggressionen. Ein, zwei Kills, beginnt mein Spiel und die Gegner werden instabil. Den Solo gegen Sweat läuft bei mir glatt, ich töte einer nach dem anderen, du kannst gleich weiter wandern. Egal wie schnell du zu deiner Ska auch greifst, im Endeffekt ist deiner Ska auch meins. Ey, easy game, der Mima bleibt die King im Ring, ihr wisst Bescheid Freunde, abonnieren und liken nicht vergessen. Can anybody out there hear me, hear me? Can I just, can I just, can I just... Hallo, haus liked es euch llegar! 会ren und die melden, sich die Mitime terme� coisas sharez 有 mit hoog haver irgerüst Repräs.